Putz! 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 BAM! Ja, Alter, ich hab so Bock, ne? Jetzt kommt der Thresh. Hau ich mal auf Thresh so. Ich spiel ja wirklich nie Thresh. Das ist ja eigentlich dein Champion so. Wir haben jetzt auch in der Woche wieder nicht zusammengezockt. Stimmt, du warst ja beschäftigt. Ja, das kannst du auch mal noch erwähnen hieß doch. Und zwar, wenn du's nicht machst, mach ich's. Der Hiesdorf hat jetzt seine Bachelor-Arbeit verteidigt und ist jetzt Bachelor. Er ist jetzt ein fertiger Bachelor. Ich bin jetzt Bachelor. Ist halt nur ein Bachelor of Arts, also nur die halbe Miete, aber man kann ja nicht alles haben, oder? Echt so, ich bin jetzt schon jetzt da rumgelaufen und hab Frauen ein paar Rosen in die Hand gedrückt. Ich hab das Prinzip auf jeden Fall verstanden. Jetzt müsst ihr mal so ein Bild von dir einblenden, wo du eine Rose zwischen den Zehen hast. Besser wird's nicht. So, und wir gehen. Jetzt gleich kommt der Flame. Ja, natürlich. Ich geh wieder Dark Harvest, ne? Keiner dodged auch vorher. Perfekt. Alter, hab ich da jetzt Bock. Ja, ist das geil. Boah. Du musst halt Kaylin, Weigern und Akschan rausnehmen. Das ist deine Aufgabe. Also, Hau und ich peel peelen für dich und dann passt das. So, jetzt schlägt der mir hier schon wieder so einen Kack vor. Ich will Dora ans bauen, Junge. Soll ich meine Who gucken oder meine E-Skillen? Ja, eh. Eh, ne? Plash. Plash if necessary. Ich werd plashen, wenn's nötig ist. Plash mal schon da rein, Junge. Aber dass wir jetzt hier lang laufen, finde ich eigentlich ein bisschen dumm, weil das ist so der Standardweg. Da ist n Wort. Ja, die sind hier. Die waren jetzt ja auch klar irgendwie. Hast du unten durch immer laufen, oder? Ja, 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 ja. Plash mal. Da ist er. Uhuhu, let's go, Alter. Ja, nice. Äh, arsch, arschgelle Nummer, Alter. Da hast du klassische Plash Plays, Alter. Wir müssen jetzt hier buschi buschi machen. Oh, ja. Nur need for leash, ach. Oh, na dann. Der macht ja spannend. So, dann an buschi buschi, Alter. Buschi buschi. Aber die starten nicht Blue Wars, ne? Egal, trotzdem. Geben wir jetzt hier rein. Wir hätten halt unten rein laufen können, wenn wir es gewusst hätten, dass die... Ja. Ja, okay. Wollen wir auch rauf fliegen? Willst du mal da? Komm. Warte, komm. Warte. Jawos. Gewinnen wir das? Okay, passt. Ja, das war jetzt mal ein guter Trade. Na mal aufpassen, Level 2 ist die schon stärker. Oh, die sind auch immer ein stärker, als wir. Wenn wir es nicht gut machen. Hammer, hart, die ist doch. Wir werden aber vor, also deutlich vor den Level 2. Hier, mach die mal mit mir. Ja. Egal, wer den Hooks, scheißegal. Welche Hooks hier leider? Weiter, weiter, weiter. Dark Harvest Proxima mit. Geil. 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 Ja, es läuft, läuft, die ist doch weiter. Boah, wir werden es doch noch dick am Counter-Jungeln. Das ist doch geil. Wir müssen aber, wir müssen es Öliga nutzen, weil wir werden nicht besser. Ja. Also. Zumindest brauchen wir eine Weile. Oh ja. Let's go. Oh ja. Habe ich die noch aufwollt. Aber egal. Hahahaha. Junge. Ist ja hammerhart. Okay, wir treffen die, oder? Also. Naja. Wir treffen sie nicht. Ne, wir treffen sie nicht. Obwohl, die hat doch vorhin geflasht und gehealt, oder? Warte, dann raus, 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 raus. Ich tanke. Ja, aber dann kann ich doch rauf gehen. Ja. Geh rauf, jetzt bin ich da. Hahahaha. Boah, es ist wieder. Hahahaha. 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 Fuck, ich übersteuere gerade komplett mit meinem Mikrofon. Äh. Okay, ich flash glaube ich. Ja, besonders. Guck mal die alte. Niau. Hahahaha. 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 Ich bin weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Okay, ich muss doch nicht weg. Oh fuck, ich bin tot glaube ich. Oh, die Trapp, Digga. Hab ich nicht gesehen. Aber egal. Äh. Guck mal, ich bait jetzt hier noch ein bisschen. Hahahaha. Guck mal, sie hat ihre Ehe raus. Oh, das ist nice. Das ist richtig. Bitte die Wave. Leave Wave. Jawoll. Leave die Wave bitte. Lass sie so, bitte lass sie. Good job. Hahahaha. 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 Ich fahr mir besser als bei mir. Ich siehst euch nicht ehrlich. Ja gut, mit der Ehe ist ja auch geil zu lassen. Ja, aber du hast ja nur, nur eine Tag, die E. Irgendwann hast du meine Farben geguckt von der Caitlyn und meine Farben. 40 zu 8. Hahahaha. Die Arme, Junge. Wir machen eher. Alter, das ist ja nicht Jugendfrei, was wir hier machen. Das können wir eigentlich gar nicht hochladen. Ist völlig egal, wie du ihn huckst, ne? Die ist tot. Hahahaha. Hahahaha. Warwick brauche Hilfe. Das ist Symbolic. Ja. Ja, 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 ja. Kannst du den hucken? Ich geh einfach so rauf. Und dann die Caitlyn. Habe ich doch auch nicht. Habe ich doch auch nicht. Habe ich doch nicht. Weil sie alles da? Machen wir den Drag noch? Hat der da keinen hier gehabt. Machen wir, oder? Ja. Was soll passieren, ne? Machen wir den mal hier wahr? Perfekt. Wir sind jetzt eigentlich, bevor die Leona sechs wird nochmal hier. Binnen wir sieben schon auch. Also ja. Lass es machen. Aua, oua, oua. Ich habe die Caitlyn gerückt. Ich habe... Ich habe... Jetzt mein Heal erst ab, Digga. Oh, ist das sad. Ah, schade. Wir halten kurz fest. Vor dem Fight. Ja. Mein Heal war ab. Huch. Als ich mit Aftershock-Shield den Kick gekriegt habe, ist natürlich sad. Das stimmt. Das stimmt. Auch die. Mach drüber. Mumu, 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 Mumu. Ah, du bist... Haha. Mach die Leona, Alter. Mach ich auch. Hä? Hehehehe. Was ist denn eben? Ah, das ist ja... Ich habe auch noch hier, ne? Ich habe auch noch hier, ne? Hehehehe. Das kannst du geil erzählen. Ah, ich tue auch weh, ne? Also ich habe gerade mehr Schaden gemacht, als ich gedacht habe. Und ich habe jetzt mein Gale Force einfach auf was richtig Nices. Also der Killgraber war nochmal... Der war nochmal... Zucker. Der war nochmal Sahne auf dem Kuchen, der gerade gebacken wird, Jonge. Der Knall ist rauf. Okay, der Knall ist rauf. Okay, der Knall ist rauf. Scheißegal, Alter. Ist doch nur Schneus, oder? Aber... Oh, dass die Leona so platzt, Alter. Die sind so gehäten. Das ist wirklich nice, Alter. Das ist wirklich nice, Alter. Hehehehe. Hehehehe. Zack. Hehehehe. 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 Aber geil, dass du direkt drauf eingestiegen bist, Alter. Ich habe Mitte geguckt gerade. Ich habe nur gehört, dass du geflasht bist. Und dann habe ich mich geschaltet. Hehehehe. Hehehe. Ah, Drake ist halt in 30 und da ist jetzt der Meister. Den werden wir, glaube ich, nicht contesten können. Oh. Hier, komm schon, Amo, Amo. Oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Den haben wir, den haben wir. Richtig und richtig. Hier, ich habe hier was. Na gut. Hehehe. Habe ich? Da kann man nicht reingehen. Ich bin da. Aber ich weiß nicht. Obwohl die den Bot hingegangen. Ah ja. Aber der Weiger ist noch da. Das ist das Problem. Oh, das ist ein... Spiel dich mal. Hehehehe. 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 Das ist jetzt so widerlich. War alles genau so geplant. Perfekt. Hey, good job. Nice. Ah, Digga. Soul. Geil. Aber was auch gefallen. Ich brauche jetzt mal einen In-Hip irgendwie. Nice. Das ist auch wild, ne? Dass wir jetzt Soul haben. Das ist wirklich richtig wild. Nach 23 Minuten vor allem. Das ist echt. Na ja. Wenn man den Bot dann so stompt, kannst du halt auch Drachen nehmen. Das ist ja... Das ist ja wirklich so. Ich habe Bock. Oh, das ist glaube ich keine gar nicht. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Boah, phänomenal. Nee, 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 nee. Der ist ja... Gespielt. Ähm, kannst du dich da vorstellen? Blocken wir bitte alles. Hehehehe. Aua. Ne. Ich jetzt sterbe. Ich raste aus, ne? Ja. Können wir hier weiter weiter pushen? Ist off? Ist tot. Ja. Kollektor. Genau, Alter. Danach noch Fire Cannon und dann kommt die Peitsche aber geschwungen, Junge. Kommt die Peitsche geschwungen, Alter. Dann kaufen wir mal ein bisschen Magic Resist, wa? Boah, ich geh schon an Baron dran. Ja, das ist richtig. Das ist richtig nice. Ich habe auch noch einen Pink Ward. Und wird jetzt nicht stehlen lassen. Nice. Oh, nee, nein, 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 nein. Nicht ich, nicht ich, nicht ich. Die Laterne liegt da. Oh, ich kann sie... Nehmen. Habe ich den? Will ich den? Ne. Ja, wieso haben wir das so verloren? Ach, boah, ich war auch nicht da. Ah, nice, der macht das, oder? Ne. Oh, das ist traurig, Alter. Holy shit. Oh, Legende, Alter. Ja, also ich jetzt sterbe, deswegen. Soll ich ihn hucken? Ja, komm. Dann könnt ihr ihn hucken können. Oh, ich will das nicht trappen ohne Trinder mehr. Echt, zwar. Das ist eigentlich... Weiß ich nicht. Auch ein Trinder mehr. Oh, nee, Jungs. Okay. Da gibt's die Peitsche. Zuck. Dann kaufen wir mal ein bisschen mehr. Ja, klar. Nice. Ey, das ist einfach mit einem Siederlangläuft. Das ist ja so dumm. Das ist ja so unfassbar dumm. Nice, da erst rein. So, jetzt gehen wir mal weg. Oh, das ist sehr gut. Auch full. Du willst Firecannon? Nee, will ich nicht. Na, die machen den halt. Trinder mehr geht aber oben durch. Wo geht denn der jetzt? Komm schon, komm schon. Ja. Ich geh rüber. Ich geh da rüber. Oh, fuck. Ich geh auch nicht rüber. Gefällt. Ich bin so am laggen hier rüben. Putz. Trinder mehr geht, mach fertig. Ich fasse es nicht. Können wir das beenden? Wo ist denn der? Oh, wo wo? Toplane. Wir haben einen Toplane-Wave. Wir haben einen Toplane-Wave. Pass auf, hier. Bam! Da ist auf, hier hast du den Dings. Putz. Putz. Oh, ich sterb. Wieso sterb ich? Ja. Dicke, wie geil ist das denn? Let's go, Alter. Ich hab den Trinkweit am Anfang richtig getrollt. Weil ich da einfach an der Wand drüben meine Ulk gezündet habe. Hast du das gesehen? Shit, ja. Ich kann ihn halt nicht hucken, den Kollegen. Ich huck ihn? Doch nicht. Fuck. Ich huck die Scheiße fertig. Ja! Gattie! Hieß doch, Alter. Was ein schönes Game, Alter. Dicke, das war... Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich hab, äh... einfach auch mit zweitmeisten Damage gemacht. So, mehr als der Twin Damage. Das musste ich mal reinziehen. Also Leute, heute mach ich die Abmoderation. Fun Fact. Theoretisch gesehen kann das menschliche Arschloch so weit gespreizt werden, dass ein Waschbär reinkrabbeln könnte. Denkt drüber nach, Jungs. Da hab ich ne Spaß dazu zu sagen, Alter. Deswegen lass ich's doch einfach. Jungs, bleibt sauber. Zuck! Zuck! Zuck!